Deutschland ist wieder EM-Favorit. Das kann man auf jeden Fall sagen nach den Siegen gegen Frankreich und Holland und das ist nur ein Fazit von mehreren Schlussfolgerungen, die wir aus der Länderspielpause mitnehmen konnten. Die zweite Schlussfolgerung ist, dass die Fans recht hatten und zwar vor allem mit dem Leistungsprinzip. Man wollte vor allem die Stuttgarter und Leverkusener in der Mannschaft sehen und nicht die alteingesessenen unbedingt und es ist aufgegangen am Ende. Des Weiteren fand ich, war es richtig erstaunlich, wie einfach man diese Mentalität wieder zu spüren bekommen hat. Das war damals, als Rudi Völler übernommen hatte gegen Frankreich, war es schon richtig krass, wie die sich da auf einmal reingeworfen haben und ich fand jetzt vor allem auch noch in den Spielen gegen Frankreich und gegen Holland, fand ich es einfach, war das absolut zu spüren und auch Andrich mit 100% Zweikampfquote und Passquote in der ersten Halbzeit gestern gegen Holland, war auch wirklich erstaunlich. Des Weiteren muss man sagen, Nagelsmann sehr, sehr mutig. Er hat eine klare Rollenverteilung gegeben, das heißt, er hat wichtige Spieler, hat er nicht mitgenommen oder mit großen Namen würde ich jetzt mal sagen, Goretzka und Hummels und zudem hat er auch ganz klar gesagt, er braucht vorne ein Havertz für sein Spielsystem und setzt ihn vorne rein, auch wenn er häufig in der Kritik vorher stande. Das letzte Fazit, was man abschließend sagen kann, ist es, die Ausstellung steht für mich, einzige Ausnahmen dabei beinhalten einmal noch Ter Stegen, ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich Neuer wieder ins Tor sicher zurückkehren wird, auch weil Ter Stegen zwar stark gespielt hat, aber nicht überragend. Und sie haben sicher schon festgelegt, wer Stammtorwart sein soll und zudem bin ich mir auch noch, ja sicher, vielleicht auch noch nicht, aber zumindest denke ich, dass Gündogan noch aus der Startelf rausrotieren wird, auch wenn er Kapitän ist und dafür ein Sané gespielt wird. Und weil viele noch sagen, Havertz vielleicht raus, nein, das glaube ich nicht, Füllkrug ist gut, der ist auch an sich der bessere Neuner für diese klassische Neun, aber Havertz passt einfach perfekt ins Spielsystem mit dem ganzen ständigen offensiven Rotieren und Flexibilität unter den Offensivspielern und da ist Havertz einfach auch für die tiefen Läufe auch noch perfekt geeignet.